Musik 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 Schmieddorfzogen Aufzug von Borja, 1959 so ziemlich alt Kabe, Mais, Hmeya, Sanda, Andorua Musik 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 Jetzt... Ich muss drücken. Ich weiß, ob ich alles gespürt habe. Das ist gleiche. 2002. Oh mein Gott, das wird jetzt öffnen, besser nicht, sonst geht es aus, es wird dunkel. Oh mein Gott, wie ist das passiert? Oh mein Gott, wie ist das, eine rote Kiste, wie ist das passiert, wow. Ich kann mir meine Taschennappel dranhängen, dann könnt ihr jetzt die Tür sehen. Diese Tür, das funktioniert jetzt noch, hoffentlich kann man es jetzt durchgucken. Was hast du denn gesagt, Leute, ich übersprung habe dich nicht erschreckt, wenn es praktisch ist, du mir weggeschnallt, weil ich habe Knochen, das wisst ihr auch. Das ist meine Ampel an. Dann können wir sehen, wieder die Tür zu, guck mal. Das ist eigentlich auch gefährlich, das hat auch so, guck mal, so vorsichtig die Tür. Kann man ein bisschen durch die Schacht ziehen. Guck mal, ich habe nicht so vorsichtig die Tür, das hast du noch nie gesehen, das ist kaputt oder sowas. Schau mal, wie soll ich die Augen machen, da kann einer stecken bleiben. Das könnte jetzt nicht, wie das aufgeht. Ah, muss denn das. Er hat mich dann angeschlossen. Guck mal, so vorsichtig die Tür, wie die Tore trägt. Guck mal, die schließen sich zusammen. Wenn man aufmachen kann, bleibt wenig Sinn. Wenn es denen da geht, dann bleibt das Stecken. So vorsichtig, wenn es der Prinz zusammen ist, dann bitte ich es verbunden. Dann kann der Aufzug fahren. Dann war es auf sich, die Türen sind geschlossen. Darum steht sie am Roterraum auch. Da steht Türen geschlossen. Wenn es zum Beispiel da ist, dann heißt es, dass Türen offen sind. Sovon steht da auf der Tür. Wenn ein Aufzug ist. Zum Glück haben wir es abgemacht, dass man es sehen kann. Aber wir uns aufpassen, wir auf keinen Fall mit den Klingeln in den Namen. Mit einem Strom schnappen. Schau mal. Cool, oder? Das ist cool, oder? Ja. Ich muss ein Foto machen, damit mein Freund, ähm... Warte, ich kann es besser machen. Das hast du zum sowas noch nie gesehen, in einem Aufzug. Wir uns saßen zwei in, äh, keine Straße, keine Ahnung. Ich glaube, ich werde immer zugemacht und gegipsen auch das. Das macht es nicht aus. So, Leute. Ups. Ach, Mann. Es geht jetzt nicht aus. Warte, verdammt. So, Leute. Das war mit diesem... Schau mal, dass der hier... Das ist jetzt für die Tür. Schau mal, das ist echt... echt komisch. Ich glaube, das ist auch nicht zu sehen, da. Hier, die Baroten. Schau mal, das war gesund. Hier, die Räderbarnung. Hier, die Räderbarnung. Hier, die Räderbarnung.